Hallo und herzlich Willkommen zum Workout of the Week. Mein Name ist Valerie und heute haben wir ein Total Body Condition Workout für euch. Das Workout besteht aus vier verschiedenen Übungen. Aus Ausfallschritten nach hinten, High Knees, eine Kombination aus Liegestütze und Shoulder Tabs und zuletzt Burpees. Wir machen jede Übung 30 Sekunden viermal durch. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Das war das Wirecard of the Week. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Falls ihr das Ganze nachformieren wollt, dann macht jetzt einen Screenshot. Ansonsten freuen wir uns auf euer Feedback und wünschen euch ein wunderschönes Wochenende.